Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde Rainbow Succeeds mit Wir gegen Wöld, wir haben eine Chance. Dennis, Sam, Jade, hallo mir. Wir haben eine Chance, weil... Einer hat es gegen Wölder, der wollte nicht gegen uns spielen. Na klar, guck mal, da ist Team Geilheit, weißt du. Alles klar, erstmal losen. Da würde ich aber auch abhauen. Ich fahr mal nach oben, die Profis kommen. Ah, die sind oben. Okay, hallo. Sehr schön. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Die Bombe weh, ach so. Ich bin bei Bombe A. Ah, die kommen aber schon runter. Die haben auch Frost. Einen drunter sind die auf jeden Fall. Die haben auch Frostfall gelegt in so einem Käse. Wow, 10 Punkte für mich. Na, geht's. Na, na, wir haben ein bisschen. Wichtige Punkte. Ja, immerhin mach ich das, ja. Ich mach das auch immer. Was versuch ich das? So, komm mal hier. Kommt sie denn jetzt gleich wieder hier raus oder was? Und machen dich? Nee. Ich warte doch nur auf die Tür. Sprengladung wird angebracht. Komm, ab da rein. Stell hier bei der Türsaal. Echt? Jetzt schon? Sicher. Ja. Okay. Guck mal hier, direkt die Tür aufmachen, Chris. Okay. Kamera kaputt. Hey, da bliegt was bei mir in der Luft. Hey, fuck! Sprengladung bereit! Alter, das war ganz schön knapp. Alter, das war ganz schön. War ja schon wieder Anime Detected Outside gelesen? Ja, hab ich gemacht. Ja, hast du. Das hat mir gerade den Arsch gerettet. Also wir haben jetzt, glaube ich, alles hier zerstört, was man zerstören kann. Ja. Und, Leute, rechts und der gesteckt. Jetzt haben wir rechts, Chris. Genau in dem Raum drin. Oben, Jay. Oben auf der Veranda. Ja, da kann ich so viel sprayen, wie ich dachte. Was machst du da? Ich muss die Tür aufmachen. Geh mir noch mal ein bisschen Zeit. Das geht? Ja, dauert ein bisschen. Einer ist oben down, aber... Was, ich dachte, man kann er gar nicht durch. Nein, also down. Der liegt. Okay. Mach Bubu. Ja, wenn ich dir jetzt sagen könnte, wo der Typ ist, der uns gekillt hat. Ja, hinter der Wand. Da genau, wo der Pick-Up-Ding steht, da liegt einer. Ja, stimmt. Bist du halt den Diffuser dabei? Ja, stimmt. Ich hatte den Diffuser dabei. Also jetzt links, in die Tür rein und dann rechts, rechts. Bei wem redet ihr? In diesen Raum hier drin? Ja, ich glaub schon. Einen weiter. Durch den Raum, durch und dann rechts. Da war der gerade. Da, wo Jay ist, wenn du links gehst. Genau, da rechts und rechts. Genau, da ist er. Da kannst du nämlich rechts nochmal um die Ecke gehen. Ja, da ist die Gefrierkammer. Ja, genau. Natürlich. Die Gefrierkammer. Was du jetzt? Jay ist auch da oben. Ja, jetzt lass mal die Fensterscheibe kaputt machen. Ja, da sitzt der. Er sitzt in der Gefrierkammer. Da sitzt der. Er sitzt in der Gefrierkammer. Ich hab einen Assisted. Ja. Jay hat auch einen. Ja, für den hab ich einen Assisted bekommen. Einen absnacken da. Also jetzt müsstet ihr den mit der Kamera eigentlich nur ausgucken. 1,30. Alles hat der Welt eigentlich. Ja. Der liegt um der Ecke. Der sitzt in 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 der Ecke. Bei welchem Punkt? Der denkt daran, dass ihr den Pickup gebraucht. Unter dem Fenster. Der holt der Pickup und plantet. Der müsste bei A sein genau. Der müsste genau bei A sein. Ja, hat's schon recht. Komm Lalo. Heck dich noch mal ein bisschen da rein. Du musst bei A sein. Bei 3, 4, 5, 7, 9, 3, 5, 6, 7. Alles klar. Da ist noch ein bisschen stressig. Ah, schön. Nice. Mann. Boah, ey. Endlich mal. Gegen 4 wenigstens. Gegen 4. Juhu. Hä. Quatsch da, du. Das ist falsch. Was ist denn? So ist das. Alter, Kitschen wieder. Ach so. X gleich 54. Hast du umgestellt? Ja. Fresher Dude, Alter. Ja, Mann. Du hattest einfach drauf. Auf X. Machst du, warum kurz ist das? Wenn man 5x4 steht, dann gibt's ja gar kein Gleich. Ja, ich weiß. Das geht ja gar nicht. Doch gleich 0. Ich hab gleich einfach dazu gemacht. Gleich 0. Da kannst du aber für X alles einsetzen. Ne, kannst du nicht. Ja, außerdem ist Hilfe für dich dann auch nicht. Wenn es wäre richtig, 54 ist übrigens auch voll falsch. Mathe Grundkurs hier. Jetzt kommt wirklich Mathe Grundkurs hier. Wir have been spotted. Ja, das mal, das konnte ich halt nicht schreiben, weil dann steht ja da wieder X. Das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Boah, du bist ein Mongo. Ich bin ein Mongo. Ja, ich komm ja. Es ist irgendwo. Ich komm ja. Hallo. Oh, jetzt sind schon die Türen alle zu. Wollt ihr mich verarschen? Hallo. Wollt ihr mich verarschen? Du bist weggegangen? Ja, ist ja gut. Hier bei A. Bitt schön. Ja, super. Jetzt. Ich hab noch keine Wände verstärkt. Naja, wir haben alle noch keine Wände verstärkt. Da müsst ihr schon Wände verstärken. Hier gibt es auch viel zu viele Wände. Ich finde die Bilder auch hässlich, deswegen müssen wir immer weg. Finde ich auch nicht schön. Also ich werde drüber zu B gehen. Oh. Dann hätten wir wo B ist. Ich hab den gerade auf den Sporn, hab ich den gerade in C4 geschmissen. Ey, da hat sich noch 4 gegen 4. Finde ich fair, dass der Bram fair ist. Immer fair. Jetzt guck ich Dalu mal zu. Das sind 3 Dalu. Aha, aha. Dalu, hier draußen sind 3. Jaja, hier geht's rund. Ich komm mal zu euch zu verstärken. Dalu, jetzt mach den mal. Okay, pass auf, pass auf. Da kommt einer Jay. Ja. Du hörst den doch Dalu, links von dir. Ja, ja, hör ich. Wir fahren hier mit dem Wegelchen bei B rum. Komm Dalu, jetzt mach doch mal einen. Mach doch mal easy jetzt. Jetzt mach den doch mal. Komm raus aus dem Fenster und mach ihn. Ich dachte easy. Komm raus aus dem Fenster, Marien. Raus, direkt zu. Komm schon, komm schon Dalu. Keine Eier. Bei mir, bei mir, bei mir. Ich brauch Hilfe. Ich bin da nur, du willst es. Ich bin down. Ich bin doch einfach so besoffener, wa? Das war doch Absicht, um ihn zu baiten. Ich bin down. Komm raus du Marien. Dankeschön. Aber hinterher. Komm raus du Marien. Die Bombe ist hier beim B. Die Bombe ist hier beim B. Wen denn, wen denn? Jay, den hier? Ja, raus du Marien. Ja, geh weg. Die Bombe ist bei B, wa? Die Bombe lag bei B. Le, was? Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt. Jetzt. Ach komm, gib der mir einen One-Hit ernsthaft. Du hast den doch gekillt. Ja, ich hab ihm Erdbeer ausgebildet gegeben. What the fuck? Wir haben uns gegenseitig One-Hit gegeben. Was ist denn das für ein Killcam, alter? Ohhhh. Ich reporte Dalu fürs Griefen, ey. Ach, schön. Man kann sich auch gegenseitig töten. Ich fand's lustig. Man kann sich gegenseitig töten. Ja, mit der Schusswaffe halt. Ja, mit der Schusswaffe kann man sich gegenseitig töten. Ja, das ist... Ey, bei Battlefield passiert das mit den Raketen. Das finde ich immer noch schlecht. Bei Counter-Strike ist es aber auch so. Wurde grad sagen, bei Counter-Strike ist es für mich auch so. Ja, da verschwinden auch die Raketen. Ja. Im Museum. Guck mal, im Museum. Ach so, bei Counter-Strike verschwinden die Raketen im Museum. Und ich bin in der Küche gefangen. Wie komm ich denn hier raus nachher? Hi. Wie komm ich denn nicht unter den Zug? Ach, die sind im Zugraum? Oh, nö. Ja, aber das Geile ist, die Bomben liegen nicht im Zugraum. Die liegen im jeweiligen Raum davor und die verbarer sind gerade im Zugraum. Ganz schön gut für uns. Das Bombspot B... Was sagst du jetzt? Lass Bombspot B als... Präservativ, würde ich grad sagen. Bombe nehmen. Als realisierten. Präservativ. Geil. Bombspot der Liebe nehmen. Aha. Wir haben ne perfekte Kamera. Nehmen wir Bombspot B. So, ich mach das jetzt. Und go, rein da. Soll ich da nicht erst rein... Fuse. Bombe ist down. Na, fuse ich halt hier rein. Ich mach Fuse. So, Bombspot B. Und dann mach ich mal die Decke auf. Oh, hallo. Dann hier. Hallöchen. Ah. Du wohnen bereit. Ja, sicher doch hier keiner ist. Also bei A bin ich. Ja, bei B sind wir. Ah, Bram ist einer. Passt. Dann lurken die halt alle. Ja. Ey, da ist oben, Bram. Loi. Und du beschützt mich nicht. Oh nein. Pack da war ne Bärenfalle. Da, wo wir alle gelurkt von allen Seiten. Bärenfalle. Bärenfalle. Du hättest ja mal machen können Dalu ey. Ich hab grad woanders hingeguckt. Ja. Wow. Wohin denn? Ich bin gemessert worden. Kann ich wahr sein? Ey, Jay, ich lieg hier so rum. Jetzt stirbt du doch. Natürlich sterbe ich jetzt. Ey, ey, ey. Sepp. Ich war schon vor dir tot. Ach so, warst du auch tot? Ach so, warst du auch tot? Mann, nice. Guck mal, voll slow motionmäßig fliegen da die Partikel rum. Ja, echt hammer nice. Hammer geil. Abram ey. Du guckst doch da mit der Kamera und siehst da nix. Dann haben wir gegen vier Stück verloren. Wie ist der nix? Ich hab unten alles gesehen, du Chabu-Lutscher. Ich hab dir gesagt, dass da einer ist. Chabu-Lutscher. Hat der gerade ein Ace gemacht? Ja, du hast gesagt, dass da einer ist nach demik Toten war. Kann sein. Während er dich erschossen hat, hab ich das gesagt. Immer diese Ausreden. Nächstes Mal stell ich doch ein bisschen sicherer hin als da auf dem Weidebaum. Immer diese Ausreden. Ist ja retter du ey. Ey, ich hab so gehofft, dass Sepp uns Backup gibt. Ja, das ist echt, weißt du, anstatt rennt er da in diese komische Falle rein. Ganz toll, Sepp. Na ja, ganz groß Kino. Kondome. Wenigstens wird die mal endlich gesetzt, ey. Nicht wie von dem Lutscher der letzten Zeit. Der letzten. Na, echt mal. Sepp ist nämlich der Lutscher der letzten Zeit. Heute gibt es nämlich Erdbeer-Geschmack, Jay. Ja, Jay ist der Lutscher der vergangenen Weihnachten. Heute gibt's Erdbeer-Geschmack. Das ist nice. Echt? Oder gibt's Erdbeer-Geschmack? Und mit Erdbeer-Geschmack meinst du, meinst du ein geiles Steak gesmooft? Ja, deine, was wird denn das jetzt? Mit Erdbeer-Geschmack. Pass, ich lauf ein bisschen im Kreis. Zugangssperre eine Munition vom Finster wegbleiben. Ja, du läufst halt gerne im Kreis. Ab und zu ist das wichtig. Es bleiben fünf Sekunden. So, ihr kommt jetzt bestimmt hier gleich rein, ihr Wichser. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Gerade am Aufnehmen? Na komm. Wollt grad sagen, Dalu, was machst denn du? Da machst du ja meine Einrichtung kaputt. Das geht aber nicht. Ich hab die neu gesetzt. Die Bühne aus. Waaaah! Wie kann der denn jetzt schon tot sein? Die Wunderthalk war alles begonnen. Ja, kein Stray doch. Ey, so ein Witz ist das, ey! Dalu hier vorne am Fenster. Als ob der das vorher wusste, man! Ich hab'n Predictet. Du bist so verhörselbar. Ja, lächerlich! Voll lächerlich. Ich kann die Kameras nachgucken für euch. Von hinten? Du kennst mir die Regenestadt? Dennis, bei dir irgendwo? Nö, er schulde ich in der Menge. Ich seh' da oben keinen mehr. Fuck, Dalu hier ist'n... ...Ingerchen. Da ist einer! Über mir! Scheiße! Ich glaub' da ist einer an der Treppe. Der könnte da sein, wenn einer an der Treppe ist. Der schießt oben durchs Oberlicht. Christian, der könnte von oben kommen. Lauf nicht geradeaus! Lauf nicht geradeaus! Der ist da über dir und fallert rum. Wir können. Oh, hab ich gemacht. Dalu hat dir nicht angesagt. Dalu sitzt wieder an der Ecke und tut nix. Dalu? Okay. Wie bist du denn ganz gestürmen? Der hat mir ne Granate ins Gesicht geworfen. Nice, kalt. Kann man mal machen. Steppenhaus! Nice! Hab ich doch gehört! Gön? Christian? Ich glaub' links im Raum ist gerade einer ins Fenster gekommen. Da vorne! Oh! Oh! Oh nein! Schade! Mission gescheitert! Eigner Druck neutralisiert! Oh! Wir sind echt gut! Irgendwie das Hausvergang mit dem Brecheisen! Ich wollte eigentlich nichts da rein! Attack! Attack! Kumbaya mein Lord! Kumbaya mein Lord! Kumbaya! Oh! Wir sehen bald Dennis Bond! Wir müssen aber nur noch zwei rum! Warum Dennis Bond? 007! Da wär aber 006! Ne ne! Wir gewinnen eine! Die gewinnen eine! Dennis Bond! Boah wieso? Ey wie krass man raus ist aus dem Spiel ey! Gegen vier! Gegen vier vor allem! Das ist das Schlimmste! Haben wir schon erwähnt dass die nur vier sind! Aber jetzt haben wir den besten! Das schon! Bond zum angreifen! Ja! Ja! So wie jede Runde! Ne der ist wirklich gut! Einfach Bombe A! Das ist gleich mit allem Bombe A! Vorne die Haupttür auf! Diffuser legen und von draußen verteidigen! Ich werd gekocht! Einsatz in 10 Sekunden! Dann setz ich mal n Wiggelchen hier bei A rein! Noch 5 Sekunden! Also die B ist schon zumindest ganz gut die Kamera! Und dann hier wieder außen rum! Das wird es wahrscheinlich nur nichts bringen wieder! Ja! Die haben äh die Frostfallen glaub ich auch an den Türen gelegt! Glaub ich hier oben rum! Ich sag wir gehen A rein! Ich dacht wir gehen A rein! Wir haben doch noch nie was dazu gesagt wo wir reingehen! Boah da siehst du gar nix! Ich seh da gar nix! Es ist einfach dunkel! Ja das ist viel zu dunkel! Dennis ich geh mal reingucken! Es wird viel zu heiß Christian! Heiß ist mein zweiter vorne aber! Markier welche! Hab die Tür mal weg gemacht! Hinter der Tür! Oh ich bin tot! Der den Zapp markiert hat der hat sich bewegt! Genau in dem Punkt! Jay Jay bei dir ist frei am Fenster! Irgendwo raumt hier richtig einer richtig krass! Aber hier ist noch einer! Der ist hinter ner Theke! Was? Du mieses Stück ey! Den hab ich! Nice! Da ist frei! Versuch nur noch! Einfach wieder schön in den Türrahmen dass du von draußen deffen kannst! Ne ne du musst schon reingehen! Ja ich hab mal die Falle da weg gemacht! Wo? Du kannst aber planten eigentlich! Der rennt hier rum! Der kommt die Treppe links Jay! Der ist auf der Treppe! Mit der Shotgun! Bitte verteidigt mich! Sondern mach so dass du von außen deffen kannst! Geh um das Haus rum hinter dir! 180 Grad! Da rumlaufen einmal schnell! Hey da kann der das doch easy weg machen! Es war ja auch nicht das Haus! Ne das ist immer von außen! Ey Sepp du musst da irgendwie... Egal! Er muss dann vorbei laufen! Er sieht ihn! Ich seh doch wenn er durch geht! Da bin ich schon nicht! Nö! Mann! Guck mal hier! Einfach nach hause getragen! Boah leck mich doch an Wichs ey! Gewonnen haben wir aber noch nicht! Leck mich an deinem Wichs? Ja ist halt mega anstrengend das Spiel gerade! Ja das stimmt! Du musst schon ein bisschen teuer haben! Du hast doch da richtig... Aber ich werd meine Serie jetzt auch wieder halten und keinen Kill machen! Du musst ja fair sein gegen vier! Ich find das lust nicht schlecht! So ihr Wichser! Oh shit! Boah! Boah! Du hast schon 4x5? Haben wir das schon gesagt? Nee Deswegen haben wir auch eine Chance Weißt du, Bram gibt dem doch hier die Abschussbelohnung mit seinem 005 Das ist nur für die Motivation Bram gibt dem doch die Abschussbelohnung Ja echt mal Hat irgendwer Rook genommen? Nee Mann, fuck you, wieso kann ich hier die Blöde Tür nicht machen Keep an eye on door Magazin wird geladen So, kleiner Wichser Hey Leute Könnt ihr mal hier die Fürzen machen? Ich krieg hier die Anzeige nicht für Melodi, was machen sie da? Fürzen zu Verteidigt sie 10 Sekunden Dann stelle ich einfach noch sinnfrei wo meine Wände hin Nur noch 5 Sekunden Obst du die Forsten noch 2 Wände Damit ich noch Punkte krieg Damit ich nicht ganz so abgeschlagen bin Der Stacheldraht ist verlegt Und jetzt mach ich nen Kill Ups Dann hast du schon damage gekriegt Nee, nee Boah, hab ich mich erschrocken, Alter Alter, ich werd jetzt diesen Kampf hier gewinnen Letztes Mal hat er mich auch schon gefickt, der Typ hier Jetzt hat meine Runde hier An der Stelle Der Stacheldraht ist bereit Einfach mal so Jetzt krieg ich die Anzeige, schön Jetzt geht hier keiner Muss ich verarschen? Der fused bei mir rein Alter, bei mir ist alles in die Luft gegangen Ich bin tot Alter Der hat mich da voll weggemörsert Und Bram Das ist aber nicht so gut Hi Hallo Also ist keiner mehr oben jetzt, ne? Ja, deswegen geh ich ja mal langsam Einen Augenweg Eben um die, die, die Der dürfte gleich einer vor in die Nase springen Das ist der Links Das ist einer Uiuiui Wer ist da draußen? Geh raus Den kannst du machen Geh du jetzt nicht raus Nee, ich meinte Jay Da kannst du nicht aus dem Fenster springen Das ist eine Etage in der Luft Doch Ich hab gewöhnt Jay Ich hab gedacht Nein, 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 nein Nein, 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 nein Oben in der Bar Hast du jeder gesehen? Beide bei mir glaube ich Hast du gesehen? Beide bei dir? Ja, hast du gesehen Dalu? Oben Hast du gesehen? Ich krieche auf die Fresse Aber hast du gesehen, ja? Jay ist ja krass Hast du gesehen? Rechts Ich konnte die Stimmen schließen Schön Okay Den anderen hast du gesehen? Hast du gesehen? Dalu Er macht den Tisch einfach weg Der 007 Traum Der ist still alive Erfüll ihn uns Dalu, hast du gesehen? Ja dann ist er vorbei Ja dann ist er vorbei Dalu kommt jetzt von hinten Der Messertisch jetzt Als ob Alter der goldene Colt auch noch direkt Ja Dalu Nachladen Lass deine Schrutzen noch nach Jetzt wo du safe bist Safe Ich glaub der musste die Füße erstmal umholen Ja Dalu Hast du gesehen? Dalu hast du gehört oder? Dalu Machen wir mal nicht so Schritte Du bist doch mal alt während du läufst Hast du gesehen? Oh Wer kommt dir hinterher? Will der den Diffusor nicht? Der muss doch blenden Ja Rechts, rechts Yes Das ist der erste Sieg hier Wie? Oh Wallhack Wie das war es schon Loll 4-2 4-2 halt Achso Oh ne Der hätte er verlieren müssen Ja eben Ich dachte du wolltest er denn verlieren Oh wow Dalu Toll Jetzt haben wir Bram nicht 006 Äh 007 Haben wir halt 006 006 auch Wir haben es geschafft gegen 4 Leute Ja dann halt hier Dennis Bond 006 ist auch geil 006 Vielen Dank fürs Zusehen ihr geilen Schnittchen haut rein bis zum nächsten Mal Tschüss Ciao